Haftbefehl haut eine Story raus, in welcher er das bestätigt, was viele bereits seit Jahren vermuten. In Rap-Deutschland wurde in den letzten Jahren ordentlich Geld in Fake-Clicks, Fake-Streams und Fake-Likes investiert. Haftbefehl nennt dies dann auch einen Grund dafür, weshalb er selbst seit längerem die Lust an Musik verloren habe. Außerdem bekommt Haft für diese Ansage ordentlich Unterstützung aus der Szene. Zusätzlich haben wir einen Front von Baselton Hengst an Bushido, einen von Marjo an Rin und die wohl heftigste Story heute. Flair erzählt Hintergründe über einen angeblichen Mordkomplott gegen ihn von vor mehreren Jahren. Das alles gibt's gleich, ich will Mr. Rap dranbleiben. Familie, Freunde, Liebe, Glück, alles Bullshit. Das Wichtigste im Leben sind Muskeln und Geld. Mit Sektplus-Fitnessprodukten gibt's mehr Muskeln und mit dem Code RAP10 spart man da bei 10%, hat also mehr Geld. Der Rest ist egal wie ein Regal ohne R. Oder das Wort Lage rückwärts. Denkt mal darüber nach. Leute, wir fangen mal etwas entspannter an, bevor es dann zum Ende der Folge wirklich zu den menschlichen Abgründen kommt. In den letzten Jahren, vor allem durch die enormen Klicks rund um den Karrierestart von Mero und der im zeitlichen Zusammenhang veröffentlichten Y-Kollektiv-Doku über den Klick-Hacker Kai gab es im deutschen Rap immer wieder Diskussionen und Spekulationen, ob bei Rapper XY und dessen Klicks, Likes, Streams alles so mit rechten Dingen zugehen kann. Hundertprozentig nachgewiesen konnte das bisher keinem einzigen, doch nun meldet sich auch Haftbefehl vor kurzem zu Wort und gab quasi durch die Blume bekannt, dass auch er davon ausgehe, dass in den letzten Jahren ordentlich Klicks, Likes und Streams gekauft worden seien. So meldete sich Haftbefehl via Instagram-Story und fragte, wo denn eigentlich die ganzen Rapper hin seien, die in den letzten Jahren 100 Millionen von Klicks innerhalb kürzester Zeit hätten sammeln können, mehr als Puff Daddy, French Montana und alle anderen zusammen und heutzutage seien diese plötzlich nur noch auf drei Millionen Klicks. Aber von 100 Millionen falle man doch laut Haftbefehl nicht einfach auf drei Millionen. Mit einem verschmitzten Lächeln fragt Haftbefehl oder sagt besser gesagt, das sei doch merkwürdig. Haft stellt aber auch klar, dass er selber nie irgendwelche Klicks oder sonst was gekauft habe, bei ihm sei alles echt, aber mittlerweile müssten die Leute da draußen doch verstanden haben, was in Deutschland in den letzten Jahren passiert sei. Haftbefehl beschreibt dieses Klicks kaufen dann auch quasi als Wettbewerbsverzerrung, vergleicht es mit der Formel 1, bei welcher manche Fahrer in der Competition anderem die Reifen zerstechen würden. Durch das Klicks kaufen würden nämlich die Leute anderen Künstlern die Plattform nehmen und diese durch Algorithmen dies-das quasi in den Hintergrund drücken. Und dies nennt Haftbefehl dann auch als Grund dafür, weshalb er in den letzten drei, vier Jahren keine Musik mehr machen wollte. Diese Wettbewerbsverzerrung habe ihm einfach die Lust an der Musik genommen. Nun allerdings scheint Haft die Lust auf Mucke wieder zu haben, denn auf Twitter postete er ein Foto von sich im Studio und schrieb hierzu, Album ist ready. Dieses Fake-Klick-Statement von Haft machte dann auch ordentlich die Runde, so kommentierte beispielsweise Kool Savas unter einem Rap-Check-Beitrag über dieses Statement mit den Worten mystische Zeiten. Und der Rapper-Wissen-Beitrag hierüber wurde von zahlreichen Rappern wie Denno419, Azimemo, Afghan Sharky oder auch Millionär aufgegriffen. Obwohl Haft in seinem Statement keine Namen von irgendwelchen Rappern nannte, gingen natürlich abermals auch die Spekulationen los und wie so oft war einer der meistgenannten Namen hierbei Mero. Unter einem Rap-Check-Beitrag stellte Haft selbst allerdings klar, dass er eindeutig nicht Mero meinen würde und nennt Mero hier auch seinen kleinen Bruder. Wir wissen also wie immer nichts Genaues, außer dass es in dem Haftbefehl-Statement zumindest so wirkt, als sei die Hochzeit des Klickskaufens im deutschen Rap zum Glück vorbei. Immerhin. Und so ist jetzt auch wieder Platz für Musik, wie ja das wohl bald kommende Haftbefehl-Album. Apropos Musik, für heute Nacht ist dann auch direkt eine gemeinsame Single von Farid Bang und Capital Bra mit dem Namen Karma angekündigt. Welche vielleicht, vielleicht sogar nur der Startschuss zum großen, geheimnisvollen gemeinsamen Projekt von Farid und Kappi sein könnte. Wir sind gespannt. Nicht diesen Freitag, sondern nächsten wird dann auch das neue Album von Marjo breiter als Dreitürsteher erscheinen, zu welchem es jetzt neben dem Snippet auch die Tracklist gibt. Und hier fällt vor allem der Track Nummer 8 auf, welcher den Namen trägt, Skid in Klammern, Arme wie Rin. Also mindestens hier werden wir wohl ein klein wenig Sticheleien von Marjo gegen Rin hören können. Vielleicht, vielleicht finden sich auf dem Album ja auch noch weitere Disses, werden natürlich hier besprochen. Apropos Disses, einen kleinen, aber feinen Seitenhieb gab es gestern von Basel, den Hengst gegen Bushido in Form einer Instagram-Story. Und zwar postete Basel, den Hengst, einen Screenshot von Bushidos Smile-Secret-Werbung und versah dies mit folgenden vier Buchstaben. H-R-S-N. Außerdem gab es noch einen Smiley, so auf süß. Gut. Und da wir jetzt Fake-Clicks, neue Musik und Beef haben, kommen wir zu den angekündigten Abgründen. Auf Twitch sprach Flair nämlich vor kurzem über ehemalige Signings und erzählte hier auch mal die Story rund um den Rapper Distino, welcher kurze Zeit im Umfeld von Flair war. Flair leitet diese Story ein damit, dass er sagt, Distino sei der Höhepunkt einer geisteskranken Art gewesen, bei welcher man sehen könne, wie Fame die Leute krank mache. So habe Flair irgendwann, es muss wahrscheinlich so 2012, 2013 gewesen sein, in Berlin gechillt, als der damals noch 18-jährige Distino ihm vorgerappt habe. Flair habe dies gefallen und er habe Distino quasi unter seine Fittiche genommen, ihm hier und da Promo klar gemacht und ein paar gemeinsame Songs sind erschienen. Irgendwann aber habe Flair gemerkt, dass Distino nicht so richtig den Arbeitseifer an den Tag gelegt habe und außerdem habe Flair auch ein komisches Bauchgefühl bei Distino entwickelt. So habe Flair dann die Zusammenarbeit beendet, Distino sei aus Berlin wieder zu sich nach Neuenburg gegangen und fertig. Im Nachgang habe Flair aber auch so eine Art Verantwortungsgefühl mal bei Distino zu Hause angerufen, um zu gucken, ob da alles klar sei und etwas mit dessen Bruder telefoniert. So weit, so gut. Irgendwann aber habe Flair eine E-Mail bekommen, wo angeblich ein reicher Vater ihn habe buchen wollen für die Geburtstagsfeier seines Sohnes. Flair habe diese E-Mail ignoriert, sie sollte aber später noch einmal eine Rolle spielen. Denn gut ein Jahr, nachdem Distino Flair verlassen habe, sei Flair plötzlich vom LKA kontaktiert worden, welche ihm eröffnet hätten. Sie hätten den Verdacht, dass Leute auf dem Weg nach Berlin seien, mit dem Auftrag, Flair umzubringen. Flair habe in dieser Zeit generell öfter mit dem LKA zu tun gehabt und hätte eigentlich nicht deswegen beim LKA vorsprechen wollen. Allerdings sei diesmal die Abteilung für Delikte gegen das Leben beim LKA zuständig gewesen, mit welchen Flair vorher noch nie zu tun gehabt hätte. Und so hätte er das ganze Ding dann auch schon ernster genommen als sonst. Das LKA habe Flair dann geraten, sich quasi erstmal bedeckt zu halten und am nächsten Tag vorbeizukommen. Bei diesem Gespräch am nächsten Tag dann hätten die Beamten ihm Flair eröffnet, dass Distino behauptet habe, dass Mafialeute auf dem Weg nach Berlin seien, um Flair umzubringen und außerdem sei im Wohnort von Distino auf einem Feld ein junger, erwachsener Tod aufgefunden worden. Was Flair zu dieser Zeit nicht gewusst habe, sei gewesen, dass bei diesem Toten schon Distino selbst als Mordverdächtiger gehandelt wurde. Später dann habe Flair erfahren, dass Ermittler bei einer Hausdurchsuchung bei Distino einen Disstrack gegen Flair gefunden hätten, auf welchem eine Art Mordplan gegen Flair angedeutet worden sein soll und später vor Gericht beim Mordprozess gegen Distino und einen anderen, sei Flair dann auch nach eben jener reicher Vater will Flair buchen E-Mail gefragt worden sein soll. Der Verdacht, der damals im Raum stand, sei laut Flair gewesen, dass diese E-Mail der Versuch gewesen sei, Flair in eine Falle zu locken, um ihn eben umzubringen. Eindeutig bewiesen werden konnte dies wohl nie, genauso wenig wie die Beteiligung von Distino selbst an diesem Mord auf dem Feldweg. Deshalb wurde Distino dann auch anders als der mitangeklägte Haupttäter in diesem Mordfall Anfang 2017 freigesprochen, weil er zwar wohl dabei war, aber angeblich nichts mit dem Mord an sich zu tun gehabt habe. Gegen diesen Freispruch hatte damals die Staatsanwaltschaft Revisionen eingelegt. Der Bundesgerichtshof hatte diesen Freispruch dann 2018 aufgehoben und so begann 2019 eine erneute Verhandlung gegen Distino vor dem Landgericht Freiburg, diesmal aber vor einer anderen Kammer. Doch auch in diesem erneuten Prozess wurde Distino wieder freigesprochen. Hiergegen hatte die Staatsanwaltschaft damals wieder Revisionen eingelegt, diese Revision dann allerdings Ende 2019 zurückgezogen. Und so ist jetzt schlussendlich Distino tatsächlich von diesem Mordvorwurf freigesprochen. Alles in allem also eine ganz schön heftige Story. Was ist eure Meinung zur Haftbefehlansage und zu dieser Distino-Story? Ab damit in die Kommentare. Und ansonsten war's das von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Tschüssi! Tappos! Bimoil, flachst du da!